Cofix ist eine Weltneuheit, die aus dem Alltag für den Alltag von der Hahn Design GmbH in Deutschland entwickelt wurde. Lassen Sie sich von Cofix überzeugen, dem Wellness-Pflegesystem für Ihren Vierbeiner. Die Cofix Wellness-Pflegesystem-Kids bestehen jeweils aus einem Cofix-Bürstenaufsatz nach Wahl, einer hochflexiblen Schlauchverlängerung sowie einem Universaladapter. Cofix wurde sorgfältig und ausschließlich aus den besten Materialien gefertigt, die für eine lange Lebenszeit garantieren. Nach sorgfältiger Entwicklung und unzähligen Testphasen wird Cofix seit 2010 für den Markt produziert. Die Beborstung besteht aus hochwertigen Polyamidfasern, die sehr schonend mit der Haut und dem Fell des Tieres umgehen. Cofix – Made in Germany Um Cofix an Ihren Staubsauger anzuschließen, benötigen Sie lediglich unseren Universaladapter. Einfach den Universaladapter mit der Schlauchverlängerung und dem Staubsauger verbinden. Nun wählen Sie Ihren Cofix-Bürstenaufsatz und beginnen mit der Pflege. Unterschiedliche Cofix-Bürstenaufsätze gewährleisten eine individuelle Pflege für jeden Felltyp. Erhältlich sind Variante A für den mittellangen Felltyp, Variante B für den rauen Kurzhaarfelltyp, Variante C für den weichen Kurzhaarfelltyp, Variante D für den langhaarigen Felltyp, sowie Variante E für den langhaarigen Felltyp mit extrem dichter Unterwolle. Unsere mitgelieferte hochflexible Schlauchverlängerung garantiert eine bequeme Handhabung. Für sensible Hunde erhalten Sie eine Verlängerung von bis zu 5 Metern. Nach der ersten Anwendung können Sie es sich nicht mehr vorstellen, dass das tägliche Fellpflegeprogramm mit Ihrem Hund vorher anders ausgesehen hat. Den Hunden gefällt die Cofix-Fellbehandlung sehr, wie Sie an deren Reaktionen sehr schön erkennen können. Die rote Cofix-Bürste für weiches Kurzhaar, Variante C, streift sanft über das Fell. Sie reinigt und pflegt ein kurzes Fell sehr effektiv. Sie werden merken, wie sehr Ihr Hund diese Art der Fellreinigung liebt und er es als eine zusätzliche Streicheleinheit empfindet. Cofix liegt ergonomisch bequem und leicht in der Hand. In Verbindung mit Ihrem Staubsauger reinigt es hautschonend das Fell, entfernt Schmutz, Schuppen und lose Haare. Aus tierärztlicher Sicht kann ich Cofix nur empfehlen. Krankheiten und Veränderungen an Haut und Haaren gehören zu meinem Alltag in der Kleintierpraxis. Cofix reinigt die Haut sanft, ohne sie dabei zu entfetten. Es entfernt Schuppen und Haare, ohne die Haut dabei zu verletzen, wie viele andere Bürsten und Kammsysteme. Dabei fördert es die Durchblutung durch die Massage und unterstützt somit die ständige Zellerneuerung der Haut. Die Bürste Variante D ist perfekt geeignet für Hunde mit langem Fell. Sie reinigt das Fell bis zur Hautoberfläche und entfernt behutsam lose Haare. Es minimiert die Gefahr von Parasiten, Juckrex, Hautirritationen und Entzündungen. Cofix ist ein System, das nicht nur an die Schönheit, sondern auch an die Gesundheit des Tieres denkt. Gerade bei Hunden mit langem Fell ist das Ergebnis der Pflege mit Cofix sehr deutlich zu sehen. Cofix saugt Haare und Schmutz direkt an die richtige Stelle und hält durch regelmäßige Pflege ihres Vierbeiners ihren Wohnraum länger hygienisch sauber. Für Hunde mit sehr langem Fell und dichter Unterwolle wurde die Bürste Variante E entwickelt. Im Vergleich zu handelsüblichen Bürsten geben die Fasern so viel nach wie nötig. Kein Ziepen und Zupfen mehr und einfach zu reinigen. Die Hunde lieben es, wenn ihr Fell mit der Cofix-Bürste durchlüftet wird. Auf der geringsten Stufe des Staubsaugers genießen selbst die kleinsten der Kleinen die Pflege mit Cofix. Nach der Anwendung können Sie den Cofix-Bürstenaufsatz mit Ihrem Staubsauger sowie auch mit warmem Wasser reinigen. Lösen Sie alle haarigen Angelegenheiten mit Cofix und befreien Sie auch den Tierschlafplatz sowie die eigene Kleidung von Schmutz und Haaren. Damit Sie einen Einblick davon haben, dass Cofix neben einer unkomplizierten und für Ihren Hund sehr angenehmen Behandlung auch sehr effektiv reinigt, schauen Sie sich den Inhalt des vorher leeren Beutels an. Nur mit dem Cofix Wellness Pflegesystem erreichen Sie diese beeindruckende Sauberkeit. Es wurde unermüdlich an unseren Vierbeinern getestet und immer wieder weiterentwickelt. Cofix verbindet Pflege und Massage für Ihren treuen Freund. Überzeugen Sie sich selbst. Cofix macht Haaren, Beine.